Herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Direkt weiter, hier halt direkt mit Michael. Wir sollen da ja irgendwo hinkommen, dann. Ich gehe mal eben wieder auf Franklin. Martin Madrasso? What the fuck I get myself into? Ja, gute Frage. Was für eine Scheiße. Gut, da könnte ich jetzt speichern. Und das L, das ist ja jetzt nur die Nummer mit Michael, ne? Oh Gott, manchmal ist das mit der Steuerung alles so ein bisschen so eine Sache hier. Fahren wir mal hin zu Leicester und schauen mal, was da so als nächstes passiert. Beziehungsweise was das jetzt für eine Mission wohl vielleicht auch schon ist. Keine Ahnung. Doc, hey. Michael. Ich schaue durch meine Appointment Book, und ich weiß nicht dein Name. Ja, ich bin eher ein Walk-In-Guy, Doc. Du kennst das. Walk-In's sind eher günstiger, aber ich bin immer froh, dass ich mich sehr froh. Natürlich, ich werde mich sehr froh, wenn ich Geld habe, richtig? Hey, ich bin in eine schlechte Weise, Doc. Ich werde bald kommen. Ich werde bald kommen. ich habe das Bild schon im Laufe ok ich habe das Bild schon im Laufe ok ich habe das Bild schon im Laufe ok Junge, 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 iPhone, das ist auch mal wirklich kalter, keine Werbung zu machen in diesem Spiel. Okay, food, ist klar. so, dann ballern wir da mal hin kreuz und quer hier da war wieder so ein rücker Punkt auf der Karte richtig gesehen, rechtzeitig okay 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 shit So, dann wollen wir uns hier mal umsehen. Wird ja vermutlich hier sein, aber wie in der Hütte hier. Fuck you Lester, you gonna let me in or what? Give me a minute! Okay. So wie in der Hütte hier. Ich war nicht besonders tot. I haven't been a good friend for you Lester, I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look Lester, about what happened before. I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink. And a wife who don't love you no more. Well, since you put it like that. Shut up a minute, I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes, that fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic, restricted access shit? Well now it's payback time, you lying turd. What the hell are you talking about? You are about to get that white collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45 year old man, but I cannot let go of the 1980s bag. And dress yourself up like a billionaire math genius with low level Aspergers. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the darwinism back in social darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Damn good news, I think. Mhm. Please excuse me. I've got something shameful to do. The graphic is really cool. Is there anything in the command line? As much as I love catching up. Can you see something more? Maybe if I change the camera here. Yeah. Was there something else? I'd offer you something, but you were just leaving. There are nice details here. What the fuck has he built here? Please excuse me. I've got something shameful to do. Terminal running. Which IPs? 128 bit. Locked downloaded. Enter file. Hello world exe. Yeah, good. Let's go out here. Look at what we have to set up here with the old bag. The old bag. Has he been working on? He's not working on. Let's go ahead. Where are we going? Let's go out here. Pauli 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 He gigabytes Pauli Pauli We are doch auch vernünftig. Ich muss hier mal durchdrehen, oder? Das ist besser. Naja, zack, dann wieder auf. Das ist ein bisschen billig in dem Moment, aber na gut. So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Ah, excuse me. Ich habe eine Interview mit einer technischen Unternehmen. Ich denke, ich brauche etwas, ich weiß nicht, Geeky. Youthvoll. Lass du dein Job und die Welt verabschieden, oder? Das ist zu schlecht. Ich habe nicht verloren. Natürlich. Ich bin zu großartig, habe ich outsourced. Das ist das Gleiche. Das war mein Vater. Jetzt hast du mit einer anderen Generation. Hm? Was über eine Vest und ein paar Cargo-Shorts? Alles klar. Okay. Ja. Ja komm, das nehmen wir und dann ist gut. Keine langen Spielereien hier. Ja. 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 Joely. Ja. 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 geht zum hintereingang, jawohl machen wir mit solchen latschen p.m. ist für mehr Funktionalität P.m., aber wir sind max, ich meine, wir haben zu streiten, speziell wenn wir auf releasingen ein Fully-Deviced-Update ein Jahr später Oh, mein, ich weiß, es Ja, well, du hast du was du hast, du hast Ich meine, wir sprechen Beta in Q4, vielleicht Q3 Look, Milestones sind eine Sache, aber wenn Design ist ein Mind, Seemingly Overnight, da ist nicht viel du kann über es, du hast du was? Look, mein Union Allocated smokebrick ist um, so Wait a minute, do I know you? Ja, ich denke so Ich, ich, IT-Temp, richtig? Ja Du, wißt du, du musst etwas machen für mich Ah, du musst es in ein Ticket Ah, nein, ich würde das nicht aus dem Datenbass, wenn du was sagst, Okay, jetzt, ich freue mich hier Können ja nicht schnell laufen Here you go If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem This is a filthy hard drive, bro So, uh, got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left, clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start them early, bro. You write your best stuff in your tweens. After that, it's just a hack job. Scanning. Rocking out might get you in the right headspace. These hacker kids always come up with a new way to screw the network in the ass. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote? Mines are gonna blow. Yes, they are. Send me the... Prototypen. Prototypen vertragen. And then... Machen wir uns hier mal ran. Jetzt kommt hier der eigentliche Auftrag anscheinend. Ah, okay. Oh, nice. Lässt du den Rucksack tatsächlich liegen? Na gut. Making history, dude. Hey, and we couldn't do it without the little guys. Bye. Ja, dann seh ich mal zu, dass ich hier rauskomme. Ja, schönen Dank. Was ist denn der Parkplatz hier, wo mein Auto jetzt war? Ja, I got my 12 inches hanging right here. Was für eine Scheiße. Ganz anderer... Dings. Eingang, oder? Oder? Hab doch eben um die Ecke nochmal einen Wagen geparkt gehabt. Hey, Michael, hold on, hold on. Domed! I domed ya! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, yeah, sorry. The phone is rigged. And what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes. None of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Ah, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. I'm driving sometimes quite bad here. But anyway. Ja. Du bist in der Finale! Darum ging's doch, oder? So, dann soll ich ihn anrufen? Okay, ich kann aber nicht nach oben drücken oder so. Hm. Okay. Wir haben ein Jahrzehnt von öffentlichen Daten in den öffentlichen Domänen. Und wir haben alle Päne wir können in der Zeit. Und wir haben eine der jüngsten Arbeitgeber in der Welt. An average age von 14.4 Jahren? Das ist nicht nur so impressive, es ist revolutionärisch! Hm. Heute, direkt hier. Wir werden den nächsten Schritt machen. Bereitungen zu sehen. Der Zukunft. Go! 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 Der Immobilie-Invader-Mobile-Device. Ja. Wir haben etwas, was niemand noch nie gedacht hat. Ein kleiner, persönlicher, komputerergebnis. Jetzt werden wir können... Oh! Hold on einen Sekunden. Ich denke, jemanden versucht mit mir zu sprechen. Hallo? Oh! 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 Jesus! Wow! 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 Ich habe sie genauer lost. Tch! Oh! 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 Ahnung. Das hätte sonst besser machen sollen. Ich mag jetzt hier mal gucken, wie ich abspeichern kann. Das war das eben für ein krasser, dumm Verschlag. Ist sein Sohnemann hier auch am Zocken oder was? Nö, eigentlich nicht, ne? Hey Jimmy hat eine Punkt. Ja, klasse. Auch nicht schlecht. So, ja, dann speichern wir hier mal eben. Ähm. Und damit verabschiede ich mich dann hiermit erstmal. Bis dann. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja.